Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten ETS 2 Let's Play mit mir, mit Peter. Ja, wir befinden uns wieder auf dem Multiplayer und fahren jetzt eine Tour. Und zwar fahren wir jetzt diese Tour von La Rochelle aus. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal, wo wir hinfahren können und dann entscheiden wir noch, wo die Fahrt hinführt. So, dann schauen wir doch mal. Wir sind in La Rochelle und können eine Tour fahren nach Glasgow. Wow. So, auch ziemlich weit. Jetzt wollen wir eine halbe Tour durch England durch. Könnten wir fahren? Oder wir fahren nach Osnabrück. Wir haben 18 Tonnen, oder? Ja, 18 Tonnen oder 17 Tonnen. Ja, wir fahren nach Osnabrück. Genau. Und ja, dann geht die Tour nach Osnabrück. Würde ich doch mal sagen, dann passt es auch. Mit der Folge. Und dann tun wir uns noch schön kurz in Spätv anmelden. Bitte erst so... Hä? Was hat jetzt Spätv? Hm. Irgendwie... Irgendwie... Server down? What? Kann aber nicht sein. Tatsache. Der Server ist down. Das heißt, ich muss noch mal Spätv starten, denn irgendwie... Irgendwie... Ähm... Ja. Keine Ahnung, was der hat. So. Kein Auftrag. Dann werden wir doch mal... So. Genau. Jetzt starten wir Spätv. Und dann würde ich sagen... Ja. Wir hören uns dann gleich wieder. Und zwar... Nach dem Intro. Bis gleich. Moin, moin, liebe Leute. Und herzlich willkommen zum nächsten... ETS 2 Let's Play mit mir und meinem Peter. Ja, wir fahren jetzt nach... Von La Rochelle aus nach Osterbrück. Im Multiplayer. Ja, wir haben knapp 1200 Kilometer vor uns. Und... Und... Ja, das passt ja, ne? Genau. Ja, es kam eine Zeit lang nichts im Multiplayer, denn... Äh... Ja, ich hatte viel Arbeit. Und wenig Zeit. Deswegen gibt es jetzt so ein paar Touren. Und ja. Seid auch da gespannt, ne? Ja, ich würde dann mal sagen... Ich lasse euch gleich wieder mit den Bildern alleine. Und dann... Ja, guckt ihr euch die Fahrt an, ne? Genau, so machen wir das. Und ja. Dann würde ich sagen, wir hören uns. Bis gleich. Hiiiiich. Bye. Bye. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.